Musik Hier an der Schwanbecker Chaussee soll nach Plänen der Stadt Bernau die Gartenstadt Rietown entstehen. Mit vier historischen Bauten und 81 Neubauten entstehen ca. 2300 kleine und große Wohnungen. Die liebevolle Sanierung der unter Denkmalschutz gestellten historischen Gebäude mit ihrer geschichtlichen Vergangenheit werden ein Highlight des neuen Viertels werden. Die Natur wird mit einbezogen. So entsteht ein großer Teich und großflächige Parks mit Spielplätzen und Ruhezonen. Auch auf den Dächern der Mehrfamilienhäuser entsteht ein Grün, der die Bewohner aufatmen lässt. Die Umsetzung dieses beeindruckenden Plans steckt noch in den Kinderschuhen. Allerdings sind die ersten historischen Gebäude, die aus den 1930er Jahren stammen und Teil des Heeresbekleidungsamtes und später Kaserne der sowjetischen Streitkräfte waren, bereits im Bau und werden voraussichtlich 2023 bezugsfertig sein. Das neue Stadtquartier wird dann für Bernau Wirklichkeit.